Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Q&A und die heutigen Fragen sind unter anderem meine Roadmap zur finanziellen Freiheit, Bedarf, Depotgröße, Anzahl, Werte und Assets sowie wie ich 250 Euro investieren würde und die Frage wie lange meine Strategiefindungsphase gedauert hat. Wenn du den ersten Teil des Videos verpasst hast, den verlinke ich nochmal hier oben rechts in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dem zweiten Teil. Die hat mir der gute Raffi93 gestellt und hat gefragt, wie fange ich am besten an zu investieren. Ich habe aktuell 250 Euro im Monat zu investieren und da muss ich ehrlich sagen, Hut ab 250 Euro und wenn du jetzt damit erst anfängst, damit kann man schon eine ganze Menge machen und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, sofort am besten noch diesen Monat anzufangen und diese 250 Euro, die du jeden Monat über hast, auch wirklich zu nutzen und zu investieren. Und da würde ich aus meiner persönlichen Sicht auf jeden Fall erstmal mit einem Sparplan anfangen und würde ganz stumpf erstmal die ersten Monate, um einfach auch ein Feeling dafür zu bekommen, wie es ist mit dem echten Geld an der Börse zu handeln oder wie es ist echtes Geld im Game zu haben. Da würde ich erstmal anfangen mit einem ETF, mit einem Sparplan auf einem ETF und bei 250 Euro würde ich durchaus auch schon zwei ETFs nehmen. Einmal würde ich ein ETF auf den MSCI World nehmen. Da würde ich, sage ich mal, 200 Euro nehmen und die einfach mal monatlich besparen. Das ist schon eine ganz schöne Summe und hast du in 10 Monaten schon eine Depotgröße von dem ETF von 1000 Euro, was eigentlich schon so ist, dass es auch Spaß macht, sage ich mal, und dass du dann auch siehst, wie sich auch wirklich was entwickelt. Und dann würde ich die anderen 50 Euro, würde ich auch zum Beispiel auf einen ETF Emerging Markets machen und dann hast du schon so ein bisschen Diversifikation drin. Und wenn du kein Interesse so richtig an Börse, Investment und so hast, was ja durchaus sein kann und auch völlig okay ist, jeder hat seine eigenen Interessen, dann kannst du das eigentlich auch laufen lassen, bis du tot umfällst, würde ich sagen. Bis du in Rente gehst, vielleicht erhöhst du das nochmal jährlich einen Ticken und dann bist du eigentlich schon gut dabei. Also, wenn du das durchziehst, 250 Euro im Monat in zwei ETFs zu investieren und du hältst es mal so ein paar Jahre durch, dann bist du auf jeden Fall schon ganz gut dabei und hast auf jeden Fall einen ganzen Batzen für deine Altersversorge oder auch, sage ich mal, für den Hauskauf in 20 Jahren, dass du das schon anzahlen kannst, gemacht. Ich denke mal, 93 wird wahrscheinlich dein Geburtsjahr sein und von daher hast du ja noch ein bisschen Zeit. So, ich hoffe auch diese Frage ist beantwortet, dann geht es nochmal weiter mit BastiRx, der hat mich noch gefragt, hat ja eben auch schon eine Frage gestellt, wie lange hat deine Strategiefindungsphase gedauert? Das ist ja eben, was ich auch schon mal angesprochen hatte, ist das eigentlich so, dass die Strategiefindungsphase bei mir eigentlich immer andauert und die wird auch bis in alle Zeit andauern, weil sich einfach auch die Umstände immer ändern und auch die Marktumstände ändern sich, die persönlichen Anforderungen ändern sich, die persönlichen Wünsche ändern sich und von daher ändert sich auch so ein bisschen die Strategie. Ich hatte ja am Anfang, wo ich angefangen hatte, bin ich ja eher so voll auf dem Bitcoin-Trip gewesen und habe dann gedacht, in einem Jahr bist du reich, dann wird man natürlich so ein bisschen auch von der Realität eingeholt, was natürlich auch richtig und gut ist. Dann hatte ich zum Beispiel am Anfang meiner Aktienlaufbahn, da hatte ich ursprünglich gedacht, alles thesaurierend, alles, keine Ausschüttung, Wachstum, 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 Depotwachstum, Renditewachstum, so viel Wachstum wie möglich. Und jetzt zum Beispiel nach einem Jahr bin ich schon so ein bisschen in der Meinung anders drauf, dass ich auch Wert auf ein bisschen Cashflow setze, dass man ab und zu mal Dividende bekommt, muss ich sagen, ist ein gutes Gefühl für mich, fühle ich mich wohl dabei, wenn ich ab und zu mal zum Beispiel jährlich von TUI oder Bayer oder so mal ein bisschen was bekomme. Das macht Spaß und deswegen ist so ein bisschen mein Mindset schon ein bisschen mehr anders geworden, dahingehend, dass ich auch jetzt Cashflow und Rendite so ein bisschen gemeinsam betrachte und jetzt nicht mehr volles Risiko und volles Wachstum gehen möchte, sondern dass ich da einfach auch ein bisschen Cashflow generiere. Deswegen ist meine Strategiefindungsphase eigentlich nie beendet. Die aktuelle Strategie, da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, meine Anlagestrategie 2019, hat sich ja auch schon ein bisschen wieder geändert, dass ich auch so ein bisschen jetzt auch auf die geringere Vola gucke. Das habe ich auch zum Beispiel aus dem Wirecard-Verlauf gelernt und ja, ich bin da so ein bisschen immer am Dazulernen und meine Strategie, die ändert sich, sage ich mal, so ein bisschen auch mit dem Wissen, was ich habe, was natürlich immer auch verschwindend gering ist im Vergleich zu anderen vielleicht auch oder vielleicht auch im Vergleich zu anderen Supercomputern und so. Man kann eigentlich nur abstinken, man kann eigentlich, wenn man selber immer denkt, man ist der Größte und man weiß alles, dann wird man eigentlich immer früher oder später in der Realität wieder ankommen und von daher weiß ich auf jeden Fall, dass ich nichts weiß und versuche aber trotzdem aus dem, was ich weiß, eine bestmögliche Strategie zu entwickeln, von der ich oder mit der ich leben kann und mit der ich zufrieden bin und aktuell bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Gut, dann haben wir noch eine Frage von BastiRX. Er schreibt, wie ist deine Roadmap zur finanziellen Freiheit? Bedarf, Depotgröße, Anzahl, Werte und Assets? Gut, schwierige Frage, die auch so ein bisschen in der Frage von Franzuska schon eben so ein bisschen beantwortet worden ist, sage ich mal, mein Roadmap zur finanziellen Freiheit ist eigentlich, dass ich jedes Jahr kontinuierlich meine Sparquote erhöhen möchte, dass ich auf jeden Fall jedes Jahr immer noch einen Batzen drauflegen möchte. Also ich will das nicht linear machen, sondern schon so ein bisschen exponentiell, dass ich da so ein bisschen mehr Gas gebe. Bedarf am Depot habe ich jetzt erstmal überhaupt nicht, also alles, was an Dividenden kommt, stecke ich erstmal direkt wieder in Reinvestitionenstand jetzt und auch in den nächsten Jahren ist da erstmal nichts geplant. Die Depotgröße kann man eigentlich noch nicht so richtig planen, wo die mal hingehen soll, aber eigentlich möchte ich auf jeden Fall da wirklich dranbleiben, bis ich in die Rente gehe und wirklich auch dauerhaft einzahlen. Nicht irgendwann sagen, das war es jetzt, sondern wirklich immer Gas, 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 immer weiter alles aufstocken und besparen und dann ist natürlich die Millionengrenze, sage ich jetzt mal, ein fettes Ziel, aber auch eben nur ein Ziel, ein Zwischenstil. Weil ganz ehrlich, wenn du dann ein Millionendepot hast und machst in einem Jahr dann 10% Rendite, was ja dieses Jahr bin ich aktuell fast bei 30%, dann sind wir im nächsten Jahr schon 1,3 Millionen auf dem Konto bei 30%, was natürlich auch wieder runtergehen kann. Aber ich sage mal, wenn man eine Million erreicht hat, dann hat man schnell auch 2 und 3 Millionen erreicht. Ja und so in den Bereich möchte ich auf jeden Fall kommen und was bis dahin passiert und was sich bis dahin noch ändert an der Strategie und am Bedarf und am Einkommen und so, das ist so ein bisschen auch vielleicht doch gar nicht noch nicht absehbar und von daher mache ich mir da auch noch die tieferen Gedanken zu. Aber ist auf jeden Fall bei mir auch ein Thema, dass ich da ab und zu mal den einen oder anderen Gedanken dran verschwende. Anzahl Werte ist natürlich auch eine spannende Frage. Da gibt es natürlich viele Ansätze. Gibt es einmal, wie hieß die Frau nochmal? Beate Sander, glaube ich. Genau, die hat ja irgendwie, die hat ja hunderte, glaube ich, an Werten. Und dann gibt es natürlich auch Verfechter, die sagen, macht keinen Sinn, irgendwie mehr als 5 oder 10 Werte machen keinen Sinn. Und alles andere ist quasi die Diversifikation, die es überhaupt nicht mehr gibt. Und ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen dazwischen. Ich kann mich mit beiden Sachen anfreunden. Also ich muss nicht unbedingt 100 Aktien mal haben später, aber ich müsste auch nicht 5 Aktien oder 10 Aktien, wäre mir auch zu wenig, weil ich das Ganze, wie gesagt, hobbymäßig mache und Spaß daran habe, die Sachen zu beobachten. Und auf der anderen Seite auch vielleicht auch nicht zu viel Geld in eine Aktie stecken möchte, auch wenn es, wie gesagt, ich weiß, keinen Sinn machen würde, aber dann einfach für mich diversifiziert bin und für mich genau weiß, wenn jetzt mal eine Aktie crasht, okay, macht für mich im Endeffekt im Einzelfall nichts aus. Und man kann sich mit vielen verschiedenen Möglichkeiten befassen und hat dann natürlich auch, wenn man beispielsweise 40 Aktien im Depot hat, dann ist natürlich irgendwo immer auch eine Chance, wo man mal aufstocken kann oder auch, wo man mal gucken kann, ob man nicht mal was verkauft oder so. Da ist natürlich auch dann irgendwann richtig Arbeit, was man investieren muss und die Arbeit, die mache ich aktuell, mache ich die natürlich gerne und gucke mir das gerne an, schaue mir gerne Chancen an, wo kann ich jetzt vielleicht aufstocken, wo müsste ich mal gucken, ob ich in eine Aktion treten muss und ja, wer weiß, vielleicht in 10 Jahren ist es so, dass ich da nicht mehr so Spaß drin habe, dann würde ich auch so ein bisschen die Aktien reduzieren auf weniger Positionen, um dann einfach nicht so viel Arbeit zu haben. Aber aktuell, Stand jetzt, würde ich sagen, dass ich mit 20 bis 30 Aktien im nächsten Jahr zufrieden wäre. Ja, das waren alle Fragen für dieses Q&A. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen Mehrwert draus ziehen können und dann machen wir in Zukunft mal öfter so ein Q&A. Da werde ich wieder natürlich in einem Video von mir das Ganze ankündigen. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank an die ganzen Fragesteller. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da und ein Abo da und damit ihr auch kein Video verpasst, könnt ihr auch gerne die Glocke betätigen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich sage Dankeschön und bis die Tage.